Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Weiter geht's Ich hab mal kurz ne Pause nochmal gemacht Um zu schauen ob ich irgendwie die FPS Ähm, gewichst krieg Ich hab da mal ein paar Mods rausgeschmissen, die möglicherweise was damit zu tun haben Denn ich hatte ein paar Mods drin, die Ähm, die Texturen der NPCs Auf 2K oder 4K Erhöhen Könnte ja möglicherweise Daran liegen Mal schauen Fasche Taste, sorry Wie's jetzt aussieht Zum Aufgefahren ist Manchmal sind Texturen Also wie diese hier vom Parkat Wenn ich das Spiel neu lade Mega Unterirdisch Keine Ahnung woran das liegt Das war vorher Auch nie der Fall Und ich hab bei OBS noch ein paar Einschränkungen geändert Vielleicht sieht's jetzt noch ein bisschen Besser aus Von den Parken her Ähm, wir müssen da hoch Vorhin Also in der letzten Folge War das Spiel schon ein bisschen sehr flach Und kontrastlos Und kontrastlos Läuft mir zu gerne den Puppen Ein Megabody Hard Sehen Und wir hier wieder mal Oh, wait Wait, time Hey, V You ready? You nervous, Tom? How'd you know? First time you've done anything like this But we're good on the penthouse Best bets to access it from the service level Gotta weigh in from there Just remember Let the behavioral chip Do what it wants Got no time to deliberate And weigh decisions Just follow your instincts Freeze Tense up Even for a second Could cost you your life And Michael Where's she? Meeting with Harumi To avoid raising any suspicions She'll make him stay put Until we're in All right We going in? Let's do this Macht die Julie Ich bin gespannt, wie's Laufen lebt Up to me Wartungsbereich Nichts einfacher ist das. Nichts einfacher ist das. Was ist das? Wie soll das schreien? Ah shit, die sind jetzt schon... Auf der Wart... Ich könnte es machen. Vielleicht... Ja komm... Das macht nochmal... Die Leibespsychose... Zink gegen den nächsten... Anzugreifen. Was ist das? Ich gehe mal zu uns. Was das funktioniert. Schön unten bleiben, Judy. Hä? Okay. Gucken Sie mich nur halbwegs. Wenn er noch was sie macht. Sie hätten einen gesehen. Wir sehen. Aber du bist auch gleiche Schahide. Bye bye. Bye bye. What then? Everyone all in position? Tom and Roxy should already be at Clouds. We go on Myco's signal. They'll mop up security. You deal with Haromi. But first, you gotta get into the penthouse. Hey, Martin. Okay. 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 On my way. Okay. Du auch, Tschuldige, du auch. Ab aufs Dach. Boah, nicht so eine Aussicht. Das Messe ist vielleicht eine gute Option hier, wie wir, wenn wir schleichen vorgehen sollen. Okay, da runter soll ich. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns kurz nochmal hier um. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Spannendes, wie hier. Man könnte da runter mit der Leiter. Ein schönes Helipad, aber nichts Besonderes. Ist das ein anderer Balkon, als den, den wir brauchen? Oder wo geht es da hin? Beispielsweise. Hier geht es überall runter. Alter. Einen solchen Ausblick hat man auch selten. Müssen wir kurz schauen, wo das hier hingeht. So, da ist mir leider das Spiel abgestürzt. Wieso auch immer. Damit mal irgendwie eine... ...fresh Login-Info oder so. Okay, hier hat es vier Leute. Die werden irgendwie... ...erredigen müssen. Let's kurz schauen. Hab ich nicht vorhin eine Waffe gemacht? Mach mit einem Schrauben. ...dämmen, ja. 99. Kann man die noch aufwerten? So, ja, ne. Natürlich nicht. Aber... Wait. Ich habe einen Aufstieg. Ich habe einen Aufstieg. Hm, was nehmen wir? Plus 15% Dauer für alle Cyberware-Effekte nehmen wir. Die stellen sich leider gerade gegenüber, das heisst die können wir nicht ausschalten. Zumindest jetzt noch nicht. Die stellen sich leider an. Die stellen sich leider an. Die stellen sich leider an. Setzt den Gegner gröschlos außer Gefecht? Aber dem geht's gar nicht? Machen wir doch mal. Die anderen zwei haben noch nichts gemerkt. Ich bin scheinbar jetzt hier irgendwo hinten. Nein. Okay. Finally! Ah! They punched the alarm. Not if I got anything to say about it. Ah! Ah! Goddammit! Naja, das war nicht die feine englische Art, aber... Okay. Ich mein, alles ist besser als nix. Kurz mal speichern. Hier gibt's gar nix. Hey, wieso kann ich den nicht umbringen? So nochmals drauf schiessen meine ich. Neue Raindance Veröffentlichungen. Karls Netzwerk gibt's gar nix. Was ist das hier? I don't know. Lage im Club von Marcus Ishida an Hiromi Sato. Hiromi, was ist los mit dem Club? Alles ist unter Kontrolle. Das Geld stimmt. Ein paar Leute haben sich für Parkes Stelle beworben. Wir werden eine Entscheidung treffen müssen. Willst du das persönlich machen? Da hab ich was anderes gehört. Wir kommen mit Azagemi. Vorbei, dann können wir die Bewerberin durchgehen und uns unterhalten. Danke für das Angebot. Maiko Maeda an Hiromi Sato. Maiko, danke für das grosszügige Angebot. Aber Hilfe bei der Organisation der Arbeiterpuppen erscheint mir derzeit nicht notwendig. Diese Tätigkeit erfordert Erfahrung und die richtige Intuition. Und ich denke nicht, dass Forrest in diesem Fall besonders hilfreich wäre. Denn Puppen geht's gut. Das ganze Team Arbeit begeistert mit. Und es gab keinerlei Beschwerden von Kunden. Und was am wichtigsten ist, unsere Gewinne steigen ständig an. Wenn etwas gut funktioniert, muss man ja nicht aus Prinzip Sachen verändern. Sollten irgendwelche Probleme entstehen, würde ich natürlich sofort um Hilfe bitten und wüsste Bescheid, dass Forrest gerne aushilft. Und Forrest meinte, dass die Puppen zu viele Freiheiten haben und einfach tun und lassen, was sie wollen. Und Clouds braucht einen Mann am Steuer. Hiromi Sato. Könnten wir uns treffen und unter vier Augen über den Club sprechen? In Ordnung. Kommt zu meiner Wohnung. Bringt die BD Demons von den Puppen mit, die Parker ersetzen könnten. Und dann suchen wir gleich jemanden aus. Macht jetzt Michael da mit. Ich meine offensichtlich sucht sie. Was ist denn hier los? Wenn ich das richtig verstehe. Was ist denn hier los? Hat schon. Ich mag sie auch nicht. Hm. Oh. Wir sind genau dort, wo wir sein müssen. Was soll das heißen? Was sehen sie? Demo-Reel von Clouds, der nächste Top-Doll. Specially von dir wirklich ausgewählt. Eine glückliche Frau wird Eveline vermitteln. Ich hoffe, sie wird es besser. Wenn wir das Clouds befreien möchten, warum bringst du ihnen denn neue Demos mit? Was? Wer sind die anderen? Der fokus von heute. Wir haben die Antwort auf sie direkt. Jetzt werden sie ihn verraten in einem Pool seiner eigenen Piss. Das ist nicht das, was wir haben. Schau mal an. Siehst du das? Das ist ein Blick auf die Verzweifung. Ich weiß die Klauze. Für sie, die Kraft ist eine Frage von Kraft. Das ist die einzige Weg. Michael! Ich werde sie weg. Ich werde sie weg. Ich werde sie weg. Sie werden nicht schmerzen nach dem Rude. Ein Show enden, andere beginnt. Ein Show enden. 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 Ich weiß, wie das hier funktioniert. Es ist besser als jeder. Du musst mir vertrauen. Ich habe das durchgeführt. Ich habe das durchgeführt. Viele Male. Ich vertraue dir aber nicht. Genau was hier steht. Du bist nur sein Platz. Das bedeutet, dass du sie nur verändern willst. Mhm. Auch wenn das bedeutet, die Tiger-Klauze zu sein. Wie in der Hölle erwartet ihr mich, dass die Klauze von anderen Gangs zu retten? Können sich ja selber werden. Die haben jetzt diese Implantate. Ich mag das nicht ein bisschen. Es ist zu früh für die zweite Gedanken. Tom und Roxy haben ihre Part gemacht. Deine kleine Klauze-Revolution ist unterwegs. Entweder wir konsolidieren und gewinnen es alles. Oder wir lassen alles weg. Wenn die Revolution unterwegs ist, dann braucht es gar niemanden, um sie zu optimieren. Ich mache das. Ich mache das. Sie ist kein Barker. Warte. Was ist passiert? Wer ist das? Das ist die Wahrheit, dass Hiromi Sato's Zeit ist. Diese Merk hat bereits verraten die Klientel-Klauze. Sie hat Oswald-Forest. Und jetzt hat sie verraten Mr. Sato's private residence. Was ist das nicht genug? Das ist das, was Hiromi's sheer incompetenten hat. Sie hat uns alle zu. Was? Was? Ich habe lange verraten Hiromi Sato's foolish, inept endeavors. Aber das? Ich denke, es ist sicher, dass er seine Vorteile hat. Sie? Was ist das? Was ist das? Ich verstehe. So I have been told. And what then? Would you execute all the clients and leave the dolls to fuck one another instead? Eh, been signless. Clouds doesn't need bosses. Dolls will take care of the club and themselves. V, I think you're forgetting something. I'll replace Mr. Sato. I detest Chaos and fucking Anarchy. I'll get everything under control. You cannot even control your own mercenary. Hiromi will answer for his incompetence, later. Whereas you will answer for your insolence, none. Oh, fuck you myself! Goddammit! That's the last time we do that. Time for a plus round! What the hell were you thinking? Do you have any idea what's going to happen now? They have been hit by the Metoggi. They took a special weapon. They took a little bit of a fight. I don't know what they took off. Shinobi. Große Frage ist, was hast du dir dabei gedacht? What might that be? They'll have their revenge. You've turned clouds into a ticking time bomb. Can't know that for sure. Maybe the lives we cut short will be enough for the claws. They do profit and loss better than Militech's CEO. They'll see it's not worth it. They wiped their hands of the mocks. Maybe clouds is due its freedom now. Time to let it go, Michael. Get out! Get out now! Alright, V, get out of there. Exit on the lower level of the apartment. Then find the elevator. Hmm. Naja. Ich hoffe, sie hat's jetzt kapiert. Sonsten haben wir bald auch ein Problem mit ihr. Tom and Roxy are outside and safe. They weren't followed. Was ist schon mal gut? Was hat jetzt die Frage? Was waren Bosse der Tiger Close? Haben wir jetzt vielleicht ein Bandkrieg angezettelt? Ich weiss noch nicht. Mal schauen, wie's weitergeht. Mal schauen, wie's weitergeht. Fuck. Shoulda seen that coming. Probably had this planned from the start. Same sec we walked into her office. Jesus am I a gonk. I was a gonk. I was a gonk. I was a gonk. Don't be dramatic, Judy. There's a difference between being a gonk and believing people want to do good. I know you do. I don't need to believe that. I just know it. Bye bye Judy, bye bye. Peace, kiss, doch ein schönes Ende, wie diese nicht schöne Die Mox Judy Alvarez. Wo läuft sie jetzt hin, interessiert mich grad? Überfolgen sie mal. Ah, okay. Sie holt sich einfach was zu essen. Reden können wir nicht mit ihr, aber gut. Ist der andere noch hier? Ich hoffe es nicht. Interessant. Ich geh mal kurz da ein paar Sachen verkaufen, wenn es denn möglich ist. Und wir haben schon wieder mega viele Sachen aufgenommen, die wir absolut nicht brauchen. 671.000. Ja Moin. Ich würd sagen langsam sind wir auf dem Weg zum Millionär. Und ich dachte mir, sorry, bevor ich irgendwelche neue Autos kaufe, mache ich vielleicht mal ein paar Rennen. Dann bekommt man ja glaube ich Rabatt auf die verschiedenen Autos. Fahrzeuge. Und auch wenn man diese anderen Aufträge hier macht. Ähm. Diese Fixer-Aufträge. Zum Beispiel bei Wakako und so weiter. Kommt man ja glaube ich Rabatt auf die verschiedenen Fahrzeuge. Ja. Genau. Von daher würde ich sagen, war's das Abend für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077. Schönes Outfit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. I got you. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. 2 Jahre 10 Designers Und wir sehen uns der lóg dich los de hörnet aufitudes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020